Wie befestige ich den Gurt an der Kamera? Auch wenn es sich unglaublich doof anhört, aber montiere deinen Tragegurt oder deine Handschlaufe an deine Kamera. Grund dafür ist zum einen, dass du die Kamera besser und bequemer transportieren kannst. Außerdem ist es immer sicherer, die Kamera auch noch um den Hals zu haben, als nur in der Hand zu halten. Wenn du keine Lust auf das Gefummeln mit dem Tragegurt hast, dann gibt es einige Schnellverschlusssysteme, die einfach in die Ösen der Kamera eingehakt und gesichert werden. Damit kannst du den Gurt dann sehr schnell abnehmen, wenn die Kamera beispielsweise stationär eingesetzt werden soll.